bvb total im doppelpass mit der telekom wird präsentiert vom mediamarkt club ein schönen guten abend ich darf sie alle ganz herzlich begrüßen hier im dortmunder stadion vor dem uefa champions league spiel am morgen gegen abend zwischen borussia dortmund und legia warschau darf sie kurz darauf aufmerksam machen dass die übersetzung ins polnische auf kanal nummer eins erfolgt und bitte die kollegen aus polen wenn sie eine frage an matthias ginter haben den ich sehr herzlich begrüße dass sie zunächst ein handzeichen abgeben und wenn sie dann die frage bekommen bitte auf den knopf vor ihnen drücken wenn das rote licht an ihrem mikrofon erscheint dann können sie gerne sprechen ich bitte um die fragen an matthias ginter wir beginnen mit sebastian westling von der funke mediengruppe ja ihr habt das spiel gegen liga 6 0 gewonnen ziemlich deutlich jetzt haben die gegen madrid 3 3 gespielt wie ist diese mannschaft wirklich einzuschätzen ja ich glaube dass das spiel morgen nicht viel mit dem spiel aus dem hinspiel zu tun haben wird ganz einfach weil ja mal in der champions die gesehen hat auch gegen sporting oder auch im hinspiel gegen madrid dass sie ja anders spielen ein anderes auftreten haben und ja auch jetzt einen punkt geholt haben gegen gegen madrid und auch in der in der liga in polen glaube ich jetzt auch in serie gewonnen haben von dem her ja können wir uns jetzt nicht aufs hinspielergebnis stützen sondern wie gesagt es das gibt dann morgen ganz neues spiel ein anderes spiel auch weil ich glaube auch ein trainer gewechselt wurde und von dem her wie gesagt gibt es ein ganz neues spiel morgen anna van eickels vom wdr hörfunk wie geht ihr das spiel an in die bundesliga hat jetzt einen höheren stellenwert wurde euch habt ihr uns mit gesagt champions league seid ihr durch wie geht ihr das spiel an ja generell hat die bundesliga immer einen höheren stellenwert aber ich glaube champions league ist ja das non plus ultra ist die königsklasse da haben wir jetzt nur ein großes ziel gruppensieger zu werden mit der ausgangslage wollen wir das auch unbedingt schaffen und wir wissen auch dass nicht leicht wird auch morgen und dann noch in madrid zu bestehen aber ja jetzt gibt es jetzt auch gerade nach bayern gilt volle konzentration auf morgen auf die champions league und dann ist ab morgen abend oder ab übermorgen dann wieder bundesliga bitteschön matthias dersch roman bürke hat sich verletzt gegen die bayern ich weiß nicht ob du vielleicht uns sagen kannst in welcher szene er sich verletzt hat ob ihr das während des spiels schon gemerkt habt und zweite frage roman weidenfeller steht jetzt wieder im tor kannst du einmal beschreiben ob sich dadurch für euch in der innenverteidigung etwas ändert in der art und weise wie ihr vielleicht aufbaut also die szene weiß jetzt nicht ich habe es auch gar nicht mitbekommen dass er verletzt war auch nach dem spiel nicht von dem her kann ich jetzt da nicht mehr dazu sagen aber ja ich glaube roman weidenfeller der einzigste unterschied ist dass er links fuß ist dass man da vielleicht bei rückpässen noch mal anders darauf achten muss auf welchen fuß man ihn anspielen aber ansonsten gibt es eigentlich keine unterschiede vom rausspielen her oder von von anderen dingen ich glaube er hat auch genügend erfahrung dass er da mit der situation gut umgehen kann roman bürke hat im spiel gestern übrigens nichts gemerkt von der verletzung die schmerzen sind erst am nächsten tag aufgetreten mit wir haben da inzwischen nachgefragt bitteschön wir gehen zur bild zeitung zu sebastian kurz berg matthias ihr habt jetzt ja gegen bayern 1 0 gewonnen großer triumph hier im stadion muss man da jetzt vielleicht den schalter wieder ein bisschen umstellen umlegen weil jetzt halt legia warschau kommt 6 0 im hinspiel du hast gerade gesagt das ist jetzt eine völlig andere mannschaft aber ihr habt ja auch schon den gruppensieg sicher wie schwierig ist das sicher darauf zu fokussieren ja normal ist es immer andersrum wenn man von den champions league in die bundesliga kommt dass man sich wieder umstellen muss im grunde genommen klar haben wir uns gefreut gegen münchen gewonnen zu haben es war auch eine große erleichterung auch ja mal die bayern geschlagen zu haben aber wie gesagt es war dann auch spätestens mit dem tag danach auch wieder erledigt heute ist ja wieder volle fokussierung und volle konzentration auf auf die champions league und ich glaube wir sind auch alle profis genug dass wir das hinbekommen Gibt es weitere fragen ja ich sehe björn pinno von radio 91.2 bitteschön björn matthias andres schürr hat nach dem spiel gegen bayern davon gesprochen dass ihr männer fußball gespielt hat wie ist denn deine definition von männer fußball ja ungefähr ungefähr so wie es gegen münchen war also dass wir uns überhaupt also in keiner sehne irgendwas gefallen lassen dass wir wenn es sein muss auch mal einen ball auf die tribüne kloppen oder ja mit ball halten gegner auch mal abräumen also es ist glaube ich auch so so ein schlüssel oder auch vor allem notwendig gegen bayern so auch zu gewinnen dass man ja kämpft und beißt 95 minuten lang ich glaube das sind sie nicht gewohnt oder das mögen sie auch nicht wenn wenn gegner so gegen sie spielt und von dem her haben wir das her sehr gut umgesetzt und nochmal ich glaube jetzt nicht dass ist dass das mal mit einer taktik oder mit nur mit einem fußballerischen gegen bayern gewinnen kann sebastian wessling ihr habt jetzt zuletzt immer mal wieder die dreierkette im repertoire gehabt siehst du dich als profiteur von von dieser formation weil es dir dann doch eben mehr spielzeit ermöglicht ja weiß ich nicht ich habe auch in der vierkette davor eigentlich gespielt von dem her es ist nur ein weiteres taktisches element ich glaube ich bin da jetzt auch nicht oder generell kann ich ja auch in der vierkette eigentlich alles spielen von dem her macht es mir jetzt auch kein problem ob ich jetzt innen verteidiger oder in der dreierkette spiel oder ganz außen das entscheidet ja bekanntlich der trainer Sehe keine weiteren fragen mehr schauen wir noch einmal in die runde nein das ist nicht der fall dann können wir uns von matthias ginter verabschieden danke matthias und machen weiter mit unserem trainer thomas tuchel der auch schon da ist ich höre gerade wir machen eine ganz kurze pause in zwei minuten wieder da ich habe mich jetzt klar ich habe mich aufgedreht ich habe mich jetzt aufgedreht Kannst ruhig näher zu mir kommen Ja wir begrüßen unseren cheftrainer thomas tuchel und machen einfach dort weiter wo wir aufgehört haben nämlich mit ihren fragen ich bitte um ein kurzes handzeichen Nein wir sind bei sebastian kohlsberger von der bild bitteschön Marco Reus hat ja auf der vereinsome page gesagt dass er hofft dass er gegen legia warschau spielen kann wie schaut es denn bei ihm aus ja das hoffe ich auch Da haben wir vor bayern auch gehofft und wurde nichts draus so deshalb stand jetzt ist er im kader aber in unserer derzeitigen situation es ist glaube ich sehr angebracht das waren jede personal Verlautbarung das wörtchen stand jetzt hinzufügen denn ja wir haben schon zu viele kuriose sachen erlebt und marco hat vorher trainiert und ich erwarte ihn morgen gesund um elf uhr zum abschlusstraining und dann müsst ihr normalerweise im kader sein Anne van Eickels Wie ist denn stand jetzt die personallage Ja ich weiß nicht ob ich alle auswendig zusammen bekomme Schmelle ist etwas erkältet und dementsprechend fraglich müssen wir mal gucken ob das sinn macht Erik hat erik dürrm hat ein paar probleme nach dem spiel geäußert an alten stelle von vor einem jahr noch mal schmerzen aufgetreten aber hoffen wir auch dass er vielleicht morgen ins training kommt bei rafael guerrero wird es wahrscheinlich noch nicht reichen Roman ist ja schon kommuniziert das hat sich traurigerweise bis zur winterpause erledigt mit spieleinsätzen Sebastian Wessling von der funke mediengruppe bitteschön Sie haben ja den ausfall von Roman Bürki angesprochen jetzt eben Roman Weidenfeller im tor ändert das irgendetwas an der vorbereitung auf dieses spiel oder vielleicht die abwehrspieler müssen die irgendetwas anders machen Ja wahrscheinlich schon also die müssen sich schon darauf einstellen das ist natürlich und das sage ich in dem vollen bewusstsein und und bitte auch das so ernst zu nehmen dass wir großes vertrauen in Roman Weidenfeller haben ist natürlich nicht den Torhüter zu verlieren mitten in der in der Hinrunde den Stammtorhüter zu verlieren ist natürlich ja mit das Schlimmste was passieren kann weil es ist eine sehr heikle heikle Position die nicht so oft getauscht wird wie bei Feldspielern die sich ständig auch auf neue Gegebenheiten auf ein neues Anlaufverhalten neues Verteidigungsverhalten vom Gegner einstellen müssen und damit ihren Fähigkeiten so immer auch gewohnt sind unterschiedliche Räume zu bespielen oder mit unterschiedlichen Kollegen zusammen zu spielen ist beim Torwart halt komplett anders ist halt die Position die normal nie getauscht wird und deshalb sind wir hat uns diese Nachricht schon sehr traurig gemacht nichtsdestotrotz gilt und gleichzeitig gilt natürlich und hat immer gegolten riesige Wertschätzung für für Roman Weidenfeller die Art und Weise wie er bisher Roman Bürki unterstützt hat und es wird auf jeden Fall notwendig sein dass sich die Abwehrspieler und Torhüter jetzt neu aufeinander einstellen und es wird nötig sein dass wir auch nochmal mit ein paar extra Prozent die halt jetzt nicht eingespielt sind wach sind in unserem Verteidigungsverhalten auch im Spielaufbau und das dann möglichst schnell auch so stabil hinbekommen wie wir es müssen Jörn Pino Radio 91 2 jetzt hast du es wieder aus jetzt habe ich es wieder ausgemacht und jetzt wieder an sehr schön was ist denn im Moment schwieriger zu bekämpfen nach so einem Highlight am Wochenende die Müdigkeit in den Beinen oder die Müdigkeit im Kopf gegen so einen Gegner wie Legia jetzt Achso ja also es ist vielleicht ganz gut ich meine das ist die dass es so kurz ist ich meine das ist die Pause die kürzeste Pause die man haben kann Samstagabend auf Dienstagabend vielleicht auch ganz gut also dann kommt keiner auch nur annähernd auf die Idee sich zu lange auf die Schultern zu klopfen und zu groß zu fühlen und sich irgendwie in Selbstgefallen bereit zu machen wir haben keinen Anlass dazu wir haben ein unendlich wichtiges Spiel gewonnen vorgestern und steht jetzt Gruppenphase in der Champions League an und natürlich gibt uns die Konstellation ich weiß ja woher die Frage impliziert das ja natürlich wissen wir um die Konstellation natürlich sind wir bereits qualifiziert aber trotzdem funktioniert Sport nicht so also wir werden uns schon das Recht herausnehmen auch zu rotieren und frische Kräfte zu bringen ich glaube dass wir das auch müssen vielleicht hätten wir das auch machen müssen wenn wir diese Punkte noch dringend fürs Weiterkommen bräuchten es fällt jetzt natürlich einfacher auch den Mut zu haben und Spieler zu bringen und ich erwarte eigentlich gerade von denen die morgen darauf brennen auch zu spielen und auf so einer Bühne zu spielen erwarte ich das Maximum und nicht weniger und das wird nötig sein um dieses Heimspiel zu gewinnen und darauf gilt die ganze Energie und die ganze Konzentration und natürlich sind heute wir haben heute Vormittag trainiert an diesem zweiten Tag speziell am Vormittag sind sowohl Beine als auch Kopf sehr müde das ist was ganz Normales aber spätestens morgen früh werden wir die Aufmerksamkeit die Fokussierung benötigen wie für jedes andere Topspiel das ist Champions League und es geht mit keinem Prozent weniger als mit 100 Gibt es weitere Fragen an Thomas Tuchel bitte Matthias Dersch Herr Tuchel noch mal eine Frage zur Torwartposition Hendrik Bronmann nehme ich an rückt jetzt dann erstmal auf wird es intern dann Verschiebungen geben im Unterbau oder holt man vielleicht extern noch jemanden hinzu? Wir hatten zuletzt im Training ich glaube in der Länderspielpause war das Almerovic und Ratajczak mal als Trainingsgäste schon bei uns da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt und da war mir in der Kürze der Zeit so unser Bedürfnis am wichtigsten und ich bin einfach mal frech davon ausgegangen dass die U23 das jetzt auch geregelt bekommt bis zum Winter wir werden sehen müssen also ob wir weiter das Risiko eingehen dass Hendrik Bronmann U23 spielt oder ob uns dieses Risiko zu groß ist dass er sich im Spiel verletzt das noch nicht endgültig entschieden klar ist dass er jetzt bei uns auf der Bank sitzt und auch das für ihn natürlich eine große große Herausforderung ist regelmäßig bei uns zu trainieren und jetzt ja nicht nur im Testspiel auf der Bank zu sitzen oder im Tor zu stehen sondern sich jetzt auch alle drei Tage auf so einen auf einen Ernstfall vorzubereiten aber auch da trauen wir es ihm zu und deshalb ist das die klare Wahl und klare Ausrichtung bis zum Winter Anne van Eyckerts Das Hinspiel war ja ein sehr deutliches Ergebnis wie erwartest du Legia im Rückspiel? Es hat sich vieles geändert begonnen mit der Trainerbesetzung hat sich natürlich vieles erneuert Legia hat mehr Personalwechsel in ihrem Spiel wir haben sie zuletzt oft mit einer Doppel 6 gesehen damals als wir gespielt haben war es glaube ich ein 4-1-4-1 deshalb erwarten uns glaube ich schon auch andere Räume sie sind anders als noch im Hinspiel als sie eine sehr kritische Phase hatten kritische Phase mit den Ergebnissen mit ihren Fans sind sie jetzt von Platz 10 auf Platz 3 geklettert und haben einige Siege jetzt in Serie das erwarte ich von der Körpersprache vom Vertrauen in ihre eigene Leistungsfähigkeit vom Vertrauen in die die einfach nur Siege bringen erwarte ich eine komplett andere Mannschaft und ich glaube es ist sehr wichtig dass wir bei uns sind und dass wir auch bereit sind dafür ab morgen dieses Spiel auch als absolutes Topspiel anzunehmen uns von der Tabellensituation in der Gruppe und von dem Hinspielergebnis vor allen Dingen komplett frei machen um auch unsere eigenen Ansprüche an irgendein Ergebnis und auch für unsere Zuschauer nicht zu hoch werden zu lassen dass es uns am Ende keine Ahnung noch hemmt oder eine Unzufriedenheit mit sich bringt das Hinspiel war grandios für uns in allen Bereichen es lief aber auch wirklich wie geschnitten Brot alles was wir probiert haben hat er erstmal zum Torerfolg geführt und damit war das Spiel sehr sehr früh entschieden und das ist auf jeden Fall eine Kunst sich jetzt da neu drauf einzulassen und neu ums erste Tor erstmal zu spielen und verbissen zu spielen verbissen zu kämpfen und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe die wir uns stellen Ich sehe auch hier keine Fragen mehr dann bedanken wir uns bei Ihnen ich bedanke mich bei dir Thomas hast du noch eine gesehen? Ganz hinten Ganz hinten Können Sie einmal noch den Arm heben damit ich sehe Ah, okay, bitteschön Ich hoffe es ist ein Mikrofon in der Gegend Herr Tuchel Sie sagten gerade Sie möchten sich frei machen von Tabellenkonstellationen aber trotzdem wie wichtig wäre denn der Gruppensieg in der Champions League? Ich habe keine Ahnung ich habe noch nie Champions League gespielt also ich weiß natürlich dass der Gruppensieger den Gruppenzweiten bekommt aber wer möchte die Hand ins Feuer legen dass der Gruppenzweite das leichtere los ist als der Gruppenerste so falls wir Gruppensieger werden würden vielleicht einige behaupten dass wir das leichtere los sind im Vergleich zum Gruppenzweiten Real Madrid so alleine das alleine diese Konstellation bestätigt dass es sich wenig wenig lohnt sich darüber Gedanken zu machen wir wollen was ich Ihnen versprechen kann und was wir unbedingt auch morgen ausstrahlen wollen ist eine Negier alles mitzunehmen was was wir mitnehmen können und wir sind selbst auf der Suche nach Konstanz und auch nicht nur Konstanz in den Ergebnissen sondern Konstanz in den Leistungen innerhalb von Spielen aber auch innerhalb von Wochen und es gilt da auf unserem Weg jetzt weiter zu machen und wir wollen unbedingt den Heimsieg morgen wir werden sehen was es dann für die für die Ausgangslage bedeutet für unser letztes Spiel in Madrid aber es gibt keine andere Herangehensweise in der Champions League als als von Spiel zu Spiel und es macht keine andere Herangehensweise Sinn in so einer Turnierform Tabellenkonstellation und dann in so einem Tableau so zu denken da gibt es keinen Vorteil und keinen Nachteil mir persönlich ist relativ egal ob wir erst zu Hause oder auswärts spielen dann im Achtelfinale das ist alles schon auf den Kopf gestellt worden tausendmal bestätigt worden tausendmal verworfen worden ob das ein Vorteil sein soll oder nicht das ist völlig unerheblich so ich glaube damit sind alle Fragen beantwortet ich bedanke mich bei Ihnen bedanke mich bei dir Thomas Ihnen allen einen schönen Abend in Dortmund wir sehen uns morgen Abend hier wieder bis dann tschüss tschüss tschüss